Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net-Spezial. Morgen ist Silvester, das Jahr 2019 endet und es ist das drittwärmste Wetterjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland im Jahr 1881. Kein Wunder, es lag ja auch ein Rekordsommer hinter uns. Die Wettermodelle hatten es bereits im Mai angekündigt, das könnte ein echter Hitzesommer werden. Dass es aber so heiß werden würde, das hat man dann doch nicht geglaubt im Vorfeld. Die Temperaturen verbreitet über 40 Grad und in der Spitze sogar über 42 Grad im Schatten. So heiß war es noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 in Deutschland gewesen. Und wie geht es nun weiter? In den vergangenen Tagen wurde es ja ein bisschen kälter und da stellt sich nun natürlich die Frage, gibt es vielleicht auch mal etwas Schnee in den ersten Janubertagen? Doch dazu später mehr. Zunächst der Blick auf die aktuelle Großwetterlagenkarte und wir sehen, das Hochwildroth hat weite Teile Europas fest im Griff. Und es hält die Tiefausläufer noch von uns fern und das bedeutet die Nacht zu neuer. Also die Silvesternacht, die wird relativ trocken ausfallen, stellenweise etwas Dunst oder Nebel. Und die Temperaturen, die sinken so auf 0 bis minus 8 Grad am Alpenrand, teilweise auch mal bis zu minus 10 Grad. Frostfrei bleibt es dagegen meist so hier im Norden mit 1 bis 2, teilweise auch 3 Grad über 0. Trotzdem sollte man sich überall beim Böllern und Mitternacht warm anziehen, denn es ist doch ziemlich kühl, aber eben auch sehr freundlich in der Nacht. Hier mal das Wetter kurz nach Mitternacht am Neujahrsmorgen und wir sehen hier im Norden meist wolkenlos und auch im Süden in der Mitte stellenweise ein bisschen Nebel. Das sind diese gelben Farbsymbole hier, aber doch eine sehr trockene Nacht. Und auch der Neujahrstag, der beginnt mit viel Sonnenschein und Temperaturen um 2 bis 7 Grad, nur stellenweise auch mal längere Zeit Nebel. Und auch der Donnerstag und der Freitag sehr sonnig, das Hochwildroth hält weiterhin durch und die Temperaturen erreichen am Freitag 4 bis 9 Grad. Ja, noch ein Blick auf die Ensemble-Vorhersage für Süddeutschland und wir sehen, es bleibt zunächst noch relativ mild um den Jahreswechsel. Auch Temperaturen so bis zu 5, 6 Grad am Tag, aber dann so ab dem ersten Januarwochenende wird es ein bisschen kühler. Teilweise Temperaturen auch am Tag unter 0 Grad im Süden und sogar Niederschlagssignale und die könnten dann tatsächlich auch mal als Schnee vom Himmel kommen. Aber danach, wir sehen es, wird es schon wieder milder. Also eine dauerhafte Einwinterung ist erstmal nicht in Sicht. Hier aber der Blick auf die möglichen Schneehöhen am Sonntagnachmittag. Ja, und wir sehen hier vor allen Dingen in höheren Lagen doch schon stellenweise weiß ein paar Zentimeter Neuschnee sind da am Samstag und Sonntag am ersten Januarwochenende zu erwarten. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und denkt auch dran, bitte abonniert auch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und bis bald.